Aber ich finde es wirklich einen super spannenden Studiengang, eben weil es einfach diese zwei Welten miteinander verbindet. HM, hör mal rein! Der Podcast der Studienberatung. Zehnte Folge zur Studienfakultät Mukday und zwei neuen Studiengängen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Dieses Mal mit Frau Prof. Dr. Gudrun Socher und Dr. Sebastian Plank von unserer neuen Studienfakultät Mukday. Besonders interessant für alle, die sich jetzt gerade überlegen, ein Studium zu starten und sich vielleicht bewerben möchten an der Hochschule München in der jetzt laufenden Bewerbungsphase. Oder auch für Studierende vielleicht, die sich überlegen zu wechseln. Und möglicherweise, da haben wir jetzt auf jeden Fall zwei sehr spannende neue Studiengänge im Angebot. Und ich freue mich sehr, mit Frau Prof. Socher und Herrn Dr. Plank über diese beiden Studiengänge sprechen zu können. Hallo und schön, dass Sie da sind. Hallo! Hallo! Schön, dass wir da sein können. Genau. Zwei Studiengänge gibt es an Ihrer neuen Studienfakultät. Wie heißen die denn? Also unsere beiden Studiengänge heißen zum einen Informatik und Design und zum anderen Digital Engineering. Und wie ist es dazu gekommen, dass Sie diese beiden Studiengänge jetzt neu gegründet haben? Die Hochschule München und sicherlich viele andere Hochschulen und Universitäten sind so aufgebaut, dass Studiengänge eher innerhalb einer Disziplin verankert sind und sehr gut diese eine Disziplin ausbilden. Mit der digitalen Transformation ist es aber so, dass so ziemlich alle Disziplinen irgendwo auch noch so eine digitale Komponente dazu kriegen. Und wir möchten an der Hochschule München das aufgreifen, dass wir sagen, Fachlichkeit ist wichtig und eine Fachdisziplin ist wichtig, aber wir wollen eben so ein digitales Add-on oder so eine digitale Säule noch mit reinbringen. Deswegen haben wir jetzt eben zwei Studiengänge mit jeweils einer Fachdisziplin. Zum einen eben Design und zum anderen das Ingenieurwesen und beim Ingenieurwesen eben diese digitale Komponente noch dazu, um eben gut auf die Themen wie Industrie für Null oder andere vorbereitet zu sein. Ich glaube, so ein zweiter Aspekt zur Historie dieser neuen Studiengänge ist eben auch zu sagen, ja, ich meine, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen werden immer komplexer. Also ich glaube, wir können nicht einfach aus einer Disziplin heraus den Klimawandel oder die Digitalisierung oder gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und so weiter bestreiten, sondern wir müssen einfach mehr vernetzt denken. Und das ist ja ein Trend, der gesellschaftlicher immer weitergeht durch die Digitalisierung auch heraus. Und das möchten wir einfach gerne mit diesen Studiengängen auch abbilden, zu sagen, okay, wir müssen vernetzter denken, weil die Komplexität der Probleme immer größer wird. Und so muss es quasi auch im Studium beigebracht werden, dass wir einfach vernetzter denken und über den Tellerrand auch blicken können. Ja, auf jeden Fall eine zukunftsgerichtete Sichtweise. Vielleicht gehen wir mal auf die einzelnen Studiengänge so ein bisschen genauer ein, was die jeweils ausmacht. Informatik und Design ist eine spannende Kombination, auf die man jetzt vielleicht erst mal nicht so kommen würde. Was hat das denn miteinander zu tun? Das hat ganz, ganz viel miteinander zu tun. Erstmal ist es so, dass die digitale Transformation ist eine Gestaltungsaufgabe. Das ist keine Aufgabe, wo es jetzt um irgendwelche Technologien geht, sondern es geht darum, wie nutzen wir Technologien und wie erleichtern wir unser Leben durch Technologie oder wie lösen wir gesellschaftliche Herausforderungen durch Technologie. Und deswegen brauchen wir Menschen, die eben sich mit diesem Problemlösen beschäftigen, wie Designer. Weil Design ist ja nicht nur Dinge hübsch zu machen. Design ist ja wirklich dieses, sowas wie Industriedesign oder Fotodesign. Das heißt, wie gestalte ich Dinge oder eben auch sowas wie Servicedesign. Also dieses, wie gestalte ich, das ist eine ganz wunderbare, ja, Kenntnisse oder wunderbare Fähigkeiten und auch die Kreativität, die dabei ist, ist ganz, ganz wichtig. Und da kommt dazu eben jetzt die Informatikkenntnisse, um eben Techniken oder Technologien aus der Digitalisierung adäquat einzusetzen. Also ich muss gestehen, Informatik und Design wäre tatsächlich auch nochmal was, was ich gerne studieren würde. Weil da bin ich wahrscheinlich schon zu alt zum Studieren und ja, habe auch, glaube ich, genug studiert in meinem Leben. Aber ich finde, es finde ich einen super spannenden Studiengang eben, also wie Gudrun schon gesagt hat, ja, weil es einfach diese zwei Welten miteinander verbindet. Auf der einen so dieses, okay, wie gehe ich eigentlich an Probleme ran, wie verstehe ich Probleme aus dieser Designperspektive, aber eben auch aus der Unumsetzungsperspektive. Also quasi zu sagen, okay, ich verstehe, wie ich eine Idee kreieren kann, aber ich kann dann auch, ich habe auch das technische Verständnis, um diese Ideen auch dann in Apps, in Screens, in anderen Arten von Technologien umzusetzen und dadurch einfach was Cooles zu gestalten. Also bei dem Studiengang ist es eben auch das Tolle. Ich muss mich jetzt nicht entscheiden zwischen Technik oder einem kreativen Studiengang, sondern ich kann beides zusammen machen. Ja, also ich kann Ihnen nur zustimmen. Es ist auch ein Studiengang, wo ich sage, wenn ich jetzt nochmal studieren würde, würde mich das auch super interessieren. Gibt es aber ein paar Studiengänge an der Hochschule. Also ja, irgendwann vielleicht schaue ich nochmal tiefer rein. Genau. Und ein Aspekt, den Sie da jetzt gerade auch nochmal gesagt haben, Design ist nicht gleich Design, haben wir auch in unserer letzten Podcast-Folge hatten wir eine Studierende da aus dem Design Master zum Beispiel. Die hat da auch einen ganz guten Einblick gegeben, dass Design eben nicht nur Dinge schön machen ist, sondern dass es um Gestaltung und Gestaltung von Zukunft geht. Und das eben im Verbund mit digitaler Technik macht natürlich total Sinn. Für wen ist denn dieser Studiengang was? Der Studiengang ist eben super für die Leute, die sagen, Design und Herausforderungen ist was für mich und diejenigen, die sagen, Gadgets, Technologie ist auch cool. Vielleicht auch für welche, die sagen, sie wollen nicht nur Technik machen, also die jetzt nicht sagen, hey, Informatik, ja, genial, ich mache jetzt Softwareentwicklung, sondern die eigentlich sagen, sie finden es prinzipiell nicht uninteressant, möchten aber jetzt nicht den ganzen Tag nur vom Computer sitzen. Und ich glaube allgemein könnte man auch nochmal sagen, dass für alle genau das Richtige ist, die einfach, ja, aktiv Probleme lösen möchten und, ja, kreativ sich ausspielen möchten, egal ob es analog ist, digital, die einfach so einen Spaß daran haben, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, interdisziplinär zusammenzuarbeiten und, ja, auch andere Perspektiven kennenzulernen. Ich glaube, für die ist es genau richtig. Und wie stellt sich das Ganze jetzt dann für Digital Engineering dar? Also vom Titel her klingt das ja jetzt erst mal so noch ein bisschen technischer vielleicht sogar, einfach weil Informatik und Design eben Design mit dem Titel hat, Digital Engineering, ja, klingt technischer. Wie ist der Studiengang aufgebaut? Worum geht es da? Also ist definitiv technischer, das stimmt. Also meine deutsche Übersetzung davon wäre jetzt eben sowas wie Ingenieurwesen und Digitales. Das heißt, der Studiengang besteht einmal aus so einer klassischen Säule, wo man klassische Ingenieurtechniken, sowas wie Mechanik, Thermodynamik und die Mathematik dazu lernt. Dann gibt es eine Säule für relativ klassische Informatik. Also das heißt, wie entwickle ich Software? Was gibt es für Prozesse dazu? Dann natürlich Themen wie Künstliche Intelligenz und Robotik. Und zwischendrin, also zwischen dieser eher ingenieurwissenschaftlich geprägten Säule und der Informatiksäule, gibt es eben noch diese explizit genannte Digital Engineering Säule, wo es darum geht, auch projektbasiert sich anzuschauen, Welche Rolle spielt die Digitalisierung im Ingenieurwesen? Also das heißt, wie können wir smarte Automatisierung machen? Wie können wir Produktionsprozesse smarter und besser machen? Ja, und vieles mehr in die Richtung. Ich denke, dass eben auch so dieses Projektbasierte einfach sehr wichtig ist in diesem Studiengang. Also es ist natürlich sehr technischer als Informatik und Design, aber ich glaube eben der Impact, den man danach mit einem Digital Engineering Abschluss haben kann, ist, glaube ich, wesentlich größer, komplexer, weil es einfach sehr stark in die Industrie reingeht und dort einfach Kompetenzen mitgegeben werden, die einem helfen oder einer helfen, ja, viele, viele Fragestellungen auch in diesem Bereich mit anzukurbeln. Also geht es um Ressourcenoptimierung, um Effizienzsteigerung, um Automatisierung, ist ja alles miteinander verwoben. Und ich glaube, gerade im Bereich so der Energiewende und ja, des Klimawandels sind einfach sehr, sehr viele große Fragestellungen, die innerhalb des Studiums dann auch, ja, auf die man vorbereitet wird. Wenn ich mir so unsere Bachelorstudiengänge, unser Angebot so angucke, da finde ich den immer wie so ein bisschen in einem Triumvirat, weil es gibt Wirtschaftsingenieurwesen, da haben sie die Verbindung aus Wirtschaft und eben der Technik, dann haben sie Wirtschaftsinformatik, die Technik, die Verbindung aus Wirtschaft und ja, Informatik eben. Und jetzt haben sie eben Digital Engineering, da haben sie die Verbindung aus Ingenieurwesenheit und dem Informatikanteil oder eben digitalen Anteil. Kann man das so sagen? Ja, das ist sehr, sehr gut zusammengefasst so. Okay. Jetzt hatten Sie gerade, Herr Blank, schon angesprochen, es geht da stark in die Industrie rein und so. Das sind jetzt beides Bachelorstudiengänge erstmal, aber was sind denn so die Berufsfelder, in welche Richtung wird da ausgebildet kommen? Also ich glaube, Absolventinnen und Absolventen von Digital Engineering können, glaube ich, einfach sehr, sehr gut oder haben sehr, sehr gute Berufschancen oder Karriereoptionen danach, weil sie einfach an dieser Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Ingenieursprozessen ja eigentlich überall unterkommen können. Und ich meine, durch die Digitalisierung entsteht dort einfach oder besteht schon ein großer Bedarf an ja nicht vorhandenen Fachkräften, die gerade diese Schnittstellenfunktionen leisten können. Aber es ist wirklich offen, wo man in der Industrie unterkommen kann. Ja, sei es in der Automobilindustrie, sei es in der Flugzeugindustrie, sei es aber auch in den erneuerbaren Energien. Ja, ich glaube, dadurch, dass die Digitalisierung diese Prozesse immer stärker, gerade in Deutschland, voranbringt und voranschreiten lässt, ist da ein sehr großer Bedarf an solchen Fachkräften. Wie planen Sie denn den Praxisanteil in den beiden Studiengängen? Also, weil das ist ja zentraler Bestandteil aller unserer Studiengänge, dass sie eben großen Fokus legen auf praktische Anwendungen und so. Und jetzt sind das zwei ganz neue Studiengänge. Man kann eben aus der Praxis, sage ich jetzt mal, aus der Studiengangspraxis noch nicht berichten. Aber wie ist es denn geplant, da die Praxisnähe herzustellen? Also, ich meine, zentral an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften oder jemals Fachhochschule ist eben, dass es wirklich immer sehr praxisnah ist. Wir haben ein Praxissemester. Das heißt, es ist bei beiden Studiengängen jeweils das fünfte Semester, das die Studierenden komplett in einem Unternehmen oder in einer NGO verbringen. Und außerdem haben wir sehr gute Kontakte und die haben uns jetzt auch jetzt bei der Studiengangskonzeption unterstützt zu vielen Unternehmen im Münchner Raum, sowohl aus dem Designbereich als auch aus dem Industriebereich. Und da haben uns die Unternehmen alle signalisiert, ja toll, macht das. Wir bringen uns gerne ein. Das heißt, sowas wie Gastvorträge oder eben Praxisbeispiele, die kommen einfach in den Lehrveranstaltungen vor. Ja, zusätzlich zum Praxissemester. Und ich meine, was halt eben auch noch durch alle Studiengänge sich durchsitzt, sind eben, also wie vorher schon erwähnt wurde, dieses projektbasierte Lernen. Uns ist wirklich wichtig, dass eben nicht nur die Theorie, also Theorie ist auch schon wichtig, vermittelt wird, aber eben diese Anwendung auch von der theoretischen Erkenntnis oder von dem Wissen auch eine große Rolle spielt. Also bei Informatik und Design zum Beispiel haben wir in jedem Semester immer ein Projektmodul, wo tatsächlich anhand von gegebenen Challenges oder Projektpartnerschaften wirklich an realen Problemstellungen auch gearbeitet wird. Und so soll wirklich auch dieser Praxisbezug noch viel deutlicher ins Studium reinkommen, aber eben auch bei den Studierenden ankommen. Dass wir sagen, okay, ihr lernt wirklich an wirklichen Challenges und lernt dadurch einfach viel besser. Und es macht viel mehr Spaß, tatsächlich was Wirkliches zu behandeln. Jetzt haben wir über beide Studiengänge ein bisschen was gehört. Jetzt bin ich als Zuhörerin oder Zuhörer, bin ich jetzt interessiert und würde mich gerne bewerben. Was muss ich denn da jetzt beachten? Vielleicht können wir das erst für Informatik und Design und dann für Digital Engineering besprechen, weil das ist ja ein bisschen unterschiedlich. Genau, also erstmal gilt für beide Studiengänge, die Bewerbungsfrist ist leider erst etwas später als jetzt die anderen Studiengänge. Das liegt an dem insgesamten Genehmigungsverfahren der Studiengänge. Für beide Studiengänge kann man sich ab dem 21. Juni 2021 bewerben. Also das heißt, es ist noch so ein ganz bisschen Zeit, aber die Zeit kann man ja auch nutzen, die Unterlagen schon mal zurechtzurücken und alles mal schon mal sich herzurichten. So, dann für Informatik und Design gibt es ein sogenanntes Eignungsfeststellungsverfahren. Das ist, weil es eben ein Studiengang ist, der ähnlich wie das Design oder Architektur ist, da wir auch sicherstellen wollen, dass es Leute machen, die tatsächlich echt dafür brennen und das wirklich machen wollen und eben nicht es nur einfach mal so zum Spaß ausprobieren wollen. Für das Eignungsfeststellungsverfahren wollen wir, dass die Bewerberinnen und Bewerber ein sogenanntes digitales Artefakt erstellen. Also das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Wir wollen gerne sehen, wie die Bewerberinnen und Bewerber kreativ arbeiten und die Aufgabe ist, für vier verschiedene App-Beispiele, beziehungsweise eins aus vier Beispielen, ein Screen-Design zu erstellen. Das ist auf unserer Webseite steht es und da steht auch, was man tun soll. Und dann gibt man eben dieses Screen-Design ab und wir freuen uns auch, wenn die Bewerberinnen und Bewerber immer noch so einen kurzen Motivation beziehungsweise so einen Satz über sich selber schreiben. Nachdem man das abgegeben hat, gibt es dann ab dem 16. Juli noch ein kurzes Gespräch über Zoom. Das wird ein Kurpengespräch sein, hoffentlich entspannte und nette Atmosphäre. So, das war Informatik und Design. Für Digital Engineering ist zulassungsbeschränkt mit NC, wobei es im Moment noch so ist, dadurch, dass ja kein NC festgelegt wurde aus den vergangenen Jahren, ist es im Moment noch relativ offen. Natürlich wünschen wir uns Studierende, die auch in der Schule schon erfolgreich waren, aber jetzt schauen wir mal, wer sich bewerbt und wie sich, also es wird eben ausgewählt nach Hochschulzugangsnote, also sprich Abinote, Fachabinote oder andere. Ist da ein Vorpraktikum notwendig bei einem von den beiden? Nein, ist nicht notwendig. Insgesamt ist bei beiden Studiengängen eben das Praxissemester da, aber vor dem Studium muss man keine Leistung erbringen. Alles klar, gibt es ja bei manchen unserer sonstigen Studiengänge. Genau. Ja, jetzt habe ich mich dann beworben und habe einen Studienplatz bekommen. Jetzt ist es ja so, Sie sind aktuell mit MUGDAI, mit dem Munich Center for Digital Sciences and AI, wie es ausgesprochen heißt. Als MUGDAI sind Sie ja jetzt gerade noch Studienfakultät. Was hat das denn auf mich als Studierender für Auswirkungen? Also erst mal keine, also eine Studienfakultät und eine Fakultät ist jetzt erst mal aus Studierendensicht gleich. Es hat einen Unterschied sozusagen zur Organisationsform innerhalb der Hochschule. Also das heißt, die Studienfakultät hat keine eigenen Professorinnen und Professoren, sondern die Professorinnen und Professoren kommen eben aus allen möglichen Fakultäten der Hochschule München. Und das ist tatsächlich eine echte Chance und das ist toll, weil dadurch ist die Vielfalt natürlich viel höher, als wenn man jetzt zum Beispiel sich an einer kleinen Fakultät einschreibt, wo eben nur wenige Professorinnen und Professoren sind. Noch, also ich meine, wir sind eine neue Studienfakultät. Also aktuell haben wir keine Studierenden. Also die ersten Studierenden kommen eben dann zum 1. Oktober und wir freuen uns schon wahnsinnig drauf, dass wie alles Neue wird da sicherlich sozusagen der frische Wind des Neuen wehen. Aber es ist natürlich auch so, weil wir jetzt starten, wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Erfahrung. Und das heißt, manchmal muss man vielleicht so ein bisschen improvisieren und so sagen, wie der Charme des Neuen muss man eben so ein bisschen schauen. Und manche Dinge werden sich dann eben erst einpendeln. Das heißt, wir werden sicherlich mehr auf die Studierenden eingehen, als das vielleicht in etablierten Studiengängen der Fall ist. Ja, und wir sind sehr motiviert, was richtig Gutes draus zu machen. Mir heißt es immer so schön, ein Anfang, Mond, ein Zauber, inne. Ich glaube eben, also wie Gudrun schon gesagt hat, ja, ich glaube, das was Besonderes ist, dass einfach was Neues geschaltet wird. Und dass wir eben nicht nur, oder dass die zukünftigen Studierenden nicht nur in einer Fakultät dann verweilen, sondern wirklich unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Disziplinen mitbekommen. Und ja, ich glaube, dass eben diese Community einfach sehr wichtig wird. Also wir wollen einfach eine tolle Lernerfahrung und eine tolle Erfahrung für alle Studierenden schaffen in unseren Studiengängen, weil ja, ich meine, das ist einfach einer der wichtigsten Schritte, die man in seinem Leben macht, oder die ersten wichtigen Schritte. Irgendwann, wenn man Kinder hat, ist es auch wichtig. Aber ich finde, Studium wählen ist einfach sehr wichtig und uns ist es sehr bewusst und wir möchten einfach das Beste dafür geben, dass es eine tolle Zeit wird. Ja, also auf jeden Fall haben Sie da schon mal sehr, sehr spannende Themen mit den beiden Studiengängen. Das ist jetzt der Anfang eben von Ihrer Studienfakultät. Wie sind denn die Pläne für die Zukunft? Na, die Pläne sind, dass wir definitiv noch weitere Studiengänge an den Start bringen wollen, die diese Verknüpfung aus Fachdisziplin und Digitalisierung haben. Wir sind in Gesprächen zum Thema Geodata Science, also dass man so Geoinformation und Digitalisierung da zusammenbringt. Und wir wollen auch sogenannte einzelne Module schaffen, also sozusagen nicht komplette Studiengänge, sondern einzelne, eigentlich Fächer, die von allen Studierenden von der Hochschule München gehört werden können. Da auch speziell Dinge im Bereich Künstliche Intelligenz, die ja auch für alle Studiengänge und alle Fachdisziplinen immer wichtiger werden. Und ich glaube eben, ich meine, die Hochschule München hat ja schon diese drei tollen Abschlussprofile, unternehmerisch, international und nachhaltig. Und uns ist einfach wichtig eben, dass diese digitale Kompetenz auch, also nicht nur an den Mugta-Studiengängen, sondern einfach über die ganze Hochschule verteilt, auch stärker in die Ausbildung von Studierenden mit reinfließt. Gut. Gibt es noch was, was Sie loswerden wollen? Irgendwas, was Sie jetzt gerade noch nicht sagen konnten über Ihre beiden neuen Studiengänge, über die Studienfakultät, irgendwas, was Ihnen noch auf dem Herzen liegt? Das wurde alles gesagt, nur nicht von jedem. Ich hätte schon noch was. Also in dem Sinne ist ja sowas wie eine Studienfachwahl, das ist ja schon echt schwierig. Und das ist ja schon eine Weichenstellung, die man auch macht für seine Zukunft. Und das will wohl überlegt sein. Sicherlich wird es jetzt auch so sein für diejenigen, die jetzt anfangen. Da ist die Unsicherheit, sowohl was der Arbeitsmarkt so mit sich bringt, als auch wohin sozusagen die Reise hingeht mit Technologien, mit Klimawandel, mit Umweltschutz, mit Globalisierung. Da ist sicherlich viel mehr Unsicherheit noch drin. Als das wahrscheinlich in meiner Generation war oder eben als ich angefangen habe, ein Studienfach mir auszusuchen. Und da ist eben auch etwas, was wir versuchen in Muktai damit reinzubringen, dass wir bestimmte Kompetenzen erstmal fördern wollen, mit denen man dann auch flexibel reagieren kann auf das, was sozusagen in der Zukunft so kommt. Und es wird ja auch so sein, und ich meine, das steht auch in allen Medien, dass sicherlich, also dass diese Chancen, die es jetzt gibt, das einfach auch heißt, viele neue Berufsfelder entstehen. Natürlich fallen Berufe weg und natürlich müssen Menschen sich umqualifizieren. Aber die Chance ist eigentlich da, dass auch noch viel mehr Arbeitsplätze entstehen, als es jetzt schon gibt. Und das wollen wir eigentlich auffangen dadurch, dass wir so in gewisser Weise kompetenzorientiert und uns an bestimmten Kompetenzen festmachen und die jetzt gar nicht so eng an ein bestimmtes Fach verknüpft ist, sondern sozusagen an die insgesamte Denke. Und da sind eigentlich, haben wir jetzt mal versucht, weil es auf Englisch so viel schöner klingt oder weil es gut klingt und weil wir diese Kompetenzen jetzt auch alle wie Kompetenz mit C anfangen, dass wir eben auch schauen wollen, auszubilden eben in diese Richtung Kreativität, Communication, Collaboration, Critical Thinking. Und eben dazu kommt jetzt Muktai spezifisch Computational Thinking, also das heißt algorithmisches Denken, auch das, was man braucht, um den Computer zu verstehen und als letztes die sogenannte Capability. Das heißt, das ist eben die Fachkompetenz, weil jetzt Digitalisierung alleine macht keinen Sinn. Es macht einfach nur Sinn, wenn man das zusammen mit klassischen Herausforderungen macht und mit Themen, die einfach wichtig für die Menschen sind. Das sind die sechs Cs, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf die sie so ihr System aufbauen. Genau, klingt auf jeden Fall, ja, nach, also auch wenn es jetzt noch keine Erfahrungen darüber gibt, weil die Studiengänge neu sind, klingt das aus meiner Warte schon so, als wäre das auf jeden Fall zukunftsgerichtet. Und ja, ich kann jedem Studieninteressierten, jeder Studieninteressierten nur ans Herz legen, sich zumindest diese beiden Studiengänge mal anzugucken. Genau, kommen Sie jetzt zu unserer Webseite, schauen Sie die an. Wenn Sie irgendwie Fragen haben, gerne auch eine E-Mail schicken. Wir sind im Moment noch so klein, dass wir auch E-Mails alle beantworten. Wir haben noch keinen Chatbot, der automatisch alle E-Mails beantwortet. Noch nicht. Darf ich auch noch was sagen am Ende? Ja, unbedingt. Also sowieso wäre jetzt meine Abschlussfrage noch, ob Sie beide noch einen Tipp haben für Studierende, für junge Studierende oder Studieninteressierte. Okay, das kann ich ja verbinden. Ich muss also ganz ehrlich sagen, ich bin total naiv früher an meine Studienwahl rangegangen. Ich wusste irgendwie, okay, das interessiert mich. Irgendwie möchte ich, also möchte ich das näher studieren und irgendwie mich damit beschäftigen. Und dann habe ich mir eigentlich gar nicht so viele unterschiedliche Unis und Hochschulen angeschaut. Also ich bin da echt total naiv reingegangen und dachte so, okay, ich komme aus München, deswegen muss ich auch irgendwo in München studieren. Und dann habe ich mich da beworben. Und ich glaube, allein weil Sie schon das hier sich anhören, sind Sie total viele reflektierter, als ich damals war, vor vielen Jahren. Also Achievement schon mal. Aber ich glaube, was mir einfach wichtig war damals, als ich mir ein Studium ausgesucht habe, ist wirklich zu sagen, okay, ich will irgendwie was machen, wo ich Spaß habe. Und wir hoffen oder wir sind sehr erpicht darauf, dass dieses Studium für Sie, diese beiden Studiengänge einfach auch Spaß machen. Ich glaube, das ist einfach sehr wichtig. Und ich meine, was dazu gehört, ist ja auch sowas wie Freundschaften schließen oder die Partnerschaft fürs Leben schließen oder einfach mal zu scheitern. Und ich glaube, dass wir wirklich mit diesen beiden Studiengängen eine Voraussetzung schaffen, dass es alles möglich ist. Ja, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie das Wintersemester abläuft, aber wir hoffen, dass es dann tatsächlich auch irgendwie physisch oder halbphysisch hybrid stattfinden wird. Gehen Sie oder seien Sie sicher, dass wir wirklich alles versuchen, um einfach eine gute Erfahrung zu schaffen und dass dieses Studium einfach Spaß macht und Sie fürs Leben prägen wird. Und dass Sie vielleicht auch Ihren sogenannten Purpose in diesen Studiengängen finden werden und den dann auch einfach noch mehr aktualisieren können. Vielleicht noch Abschlusswort von meiner Seite. Ja, also was ich schon denke, ist, was zukünftig wichtig bleiben wird, ist irgendwo so eine Neugier und Offenheit gegenüber Technologien. Und das garantieren wir, dass wir das in unseren Studiengängen verankert haben und auch Ihnen nahe bringen, eben zusammen mit Fachkompetenz, entweder im Bereich Ingenieurwesen oder eben im Bereich Design. Und ich denke, dass man da schon ganz gut aufgestellt ist und dann auch hoffentlich im Laufe des Bachelorstudiums oder auch danach wirklich seinen Purpose oder sozusagen den Bereich finden wird, wo man merkt, okay, dafür brenne ich und das möchte ich machen. Und da möchte ich eben meine Kraft und meine Energie ins Arbeitsleben mit einbringen, um eben sowohl einen Job zu haben, der mich ernährt, aber auch, um eben auch was zu machen, wo man nicht nur stupide irgendeiner Arbeit nachgeht, sondern irgendwas hat, was einen wirklich begeistert und was auch der Gesellschaft etwas nützt. Ja, das sind doch wunderbare Schlussworte. In diesem Sinne dann vielen Dank Ihnen beiden für den Einblick in die Studienfakultät Mugdai und Ihre beiden neuen Studiengänge. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg für den Start im Wintersemester. Drücke die Daumen für viele, viele BewerberInnen und Studierende. Und ja. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr spannend. Vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Deinen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag. H.M. Hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung.